Guten Tag, hier spricht mit ihr, euer Peter Gaming und wir spielen beide FIFA 16. Oh, da macht ihr einen schönen Sieg beim letzten Mal. War auch schön, dass wir mal einen Sieg bekommen haben. Es war richtig schön, dass wir einen schönen Sieg bekommen haben. So Leute, jetzt haben wir auch ein bisschen die Mannschaft noch ein bisschen, dass ich den Karten ein bisschen einstürme. So, das passt, dass wir ihn, aber das brauchen wir von ihm. Wir wollen mal was, was wir sehen. Vielleicht spüren wir mal. Na, das passt, kann man auch so. Gut, so passt das, das können wir jetzt loslegen. Und jetzt spielen wir mal weiter, mal gucken, gehen wir mal jetzt spielen mit ihm. Uh, nee, das Training verlässt zu dem wieder, das ist doch nicht normal. Wir haben jetzt schon wieder ein Training. Das finde ich jetzt so, dass die Leute alle jetzt wieder ausfahren. So Leute, das können wir machen. So, schauen wir mal was wir machen. Den können wir mal ein paar Licht nehmen. Das sieht man nicht schlecht aus. So, schauen wir mal. So, schauen wir mal. So, schauen wir mal. Könnten wir mal Ansprache machen. Dann schauen wir mal wie er dann kommt. So, schauen wir mal. So, und jetzt spielen wir gegen den St. Pauli. Alle Traditions-Clubs, wie wir jetzt nehmen. Das ist echt ein Traditions-Manser zu spielen. Das ist nicht schlecht aus dem Traditions-Club. Das ist nicht schlecht aus dem Traditions-Club. Wir werden mal wieder abgeben. Wollen wir jetzt auch wieder ein Tor machen. Ein bisschen besser anfangen. Wir machen jetzt ein bisschen schönes Sequenz. Optimer. Ruhig aufbauen, wir wissen, wir haben Zeit, Leute, wir müssen nicht hetzen. Wir müssen nicht hetzen, wir wissen, wir haben Tor-Chance in der zweiten Halbzeit-Cut, wir hätten es gewinnen können, mit uns anscheinend. Ah, mich so war ein bisschen leider zu stark im Ball gefasst. Sonst hätten wir eine gute Tor-Chance gehabt, Leute, aber wir müssen einfach weiter weg, wie gesagt. Junge, das ist eine Stimme hier von St. Pauli, oder, Leute? Das ist eine schöne Spiele heute mit mir. Kann man schon gut sagen, St. Pauli. Im Traditions-Club, Alter. Boah, Alter, fast durchkommen, Leute. So müssen wir weiter spielen. Immer durchspielen. Boah, der hat Tor-Chance, aber war nicht so eine Kruse. Oh, es regnet schon wieder. Oh je. In letzter Zeit regnet es. Optima. Und wir spielen einfach weiter, Mann. Oh, ich... Oh, das war nicht so eine gute. Oh, das war nicht eine gute. Jetzt haben wir Herrn St. Pauli in der Eck stürmen. Das ist echt schwierig. Ein Eckstürz immer ein bisschen verblendet. Warte. Warte. So, hat jetzt schon wieder... Alter, schon wieder. Alter, das ist schon wieder. Alter, das ist so ab. noch mal wieder ein wo ein mehr glück hat leute junge junge das war glücklich alle wenn das wieder schief gelaufen wäre alle hätten wieder so wie im ersten spiel im tor hinterher rennen müssen und das wäre halt wieder so ein nervenrat wie im ersten spiel gegen Bielefeld wenn man auch in der aller langen zeit im tor hinterher rennen müssen das war ein nerven gut glücklich Das ist echt schön, Leute. Jetzt muss der Ball wieder rausgeklärt werden, das ist jetzt wichtig. Boah, Mist. Der war ein bisschen zu stark. Aber wir haben eine gute Chance gehabt, Leute. Das ist jetzt wichtig. Und wir müssen weiter spielen, immer drauf. Oh, Mann. Da kommen wir durch. Ah, mir kam nicht zu gut. Ah, Mann, da war ich viel zu überraschend. Aber gegen St. Pauli zu spielen, Alter. Das ist ein richtiges Traditionsteam, Alter. Das war so ein schönes Tradition. Mit schöner Geschichte, St. Pauli. Der war so ein bisschen zufrieden. Hier sind die drei Jahre lang. Das war so. Ich hab's jetzt mal gesagt. Und wieder drei Minuten Verlängerung. Ah Mann, wieder Zunahmen, das muss ich noch ein bisschen reinziehen. Ui, ui, ui. So Leute, eine schöne 0 zu 0, wieder Halbzeit, das ist wichtig. So, nicht so wie in dem ersten Spiel, wo man zurück lag. Das war wichtig, Karin gegen Tor zu Kassi, was meinst du, ich weiter spinnen. Oh Mann, was fand ich das. Alter, was fand ich das, ich war doch gar nicht. So Leute, jetzt sind wir mit der Uffbache Freistöße, das sind wir nicht so gut. Bei Freistößen sind wir einfach Flanken und Freistöße kriegen die Tore. So Leute, jetzt haben wir wieder das Problem. Das große Problem, rennen wieder ein Tor hinter. Das ist wieder das Problem, wenn wir immer im Tor hinterher rennen. Das ist wieder das Problem. Das ist wieder das Problem. Das ist wieder das Problem. Das ist der Zoll vom Zoll. Das ist die Zoll. Das ist der Zoll. Ah, Mann. Well, Mann, aber let's... Au, puh, das tat nichts, das tat Wehler. Das tat Wehler. Das fängt wahrscheinlich in ein paar Wochen aus, denke ich nicht. Das läuft. Alla, Mann, das. Und dann kriegen wir den Foul, oder was ist das wieder? Aber St. Pauli trifft einfach näher wie mir. Alla, wir tun mehr, mehr Pfahl, das ist jetzt weh. Alla, da kann man nicht krieg in die Bälle ein, ne? Ah, wieder zu weit oben. Junge, Junge, wach für einen schweren Spiel heute mal wieder. Nein, wir müssen, wir brauchen den Sieg heute. Mindestens wieder mal, aber wir hätten den Sieg, also erst heimstehen werdet heute in Ihrem Leben. Ah, Mann, wieder nicht rein in die Straffrau. Das war ein tauglich dominiertes Spiel, Leute. Dann riecht es, ich glück, dass wir noch mit zurücklegen. Noch ein Tor oder zwei Tore haben. So, gleich. Also, wir haben jetzt schon censurem, wo bauen wir noch mal ruhig auf... wir haben noch Zeilen, den noch etwas weh man noch Zeilen, Uhren noch ein paar, ein, zwei schöne Zähne zu machen und das Problem war es war wieder ein leichtes Fehler ist gut. Leider war es ein leichtes. Oh Mist, ich wollte Ihnen das immer machen, das war nicht so gut. Oh Mann, das ist doch wieder die Niederlage. Man erkennt es nur Leute, wo ist das aber gleich abgebildet wahrscheinlich leider. Genau Leute, es werden leider abgebildet. Somit haben wir uns die erste Heimniederlage. Leider aber kann man nichts ändern. Leider aber wir haben gut gespielt, das heißt wir haben gute Chance für die nächsten Spiele. Aber somit sagt, euer Peter Gaming auch wieder. Tschüss, bis dann und PG bis dann.